Mein Name ist Jan Knute und wir sind hier am Stand vertreten mit der Wirtins GmbH und wir bauen virtuelle Prototypen und zwar interaktive. Das heißt, ich visualisiere neue Ideen und ich kann die komplett bedienen. Vorrangig sind wir im Automotive-Markt momentan unterwegs. Dort werden komplette Fahrzeuge von uns aufgebaut, die ich dann bedienen kann. Die Leute können sich reinsetzen, virtuell fahren und neue Konzepte erleben. Zum einen spare ich mir Kosten für echte Prototypen, weil virtuell erstmal alles abgedeckt wird. Die Konzepte werden validiert und getestet und zeitgleich kann ich noch Kundenstudien fahren, um die Akzeptanz für diese neuen Konzepte auszutesten. Im nächsten Schritt werden dann unsere Simulationen teilweise in Fahrzeugen verbaut und in realer Welt im echten Verkehr getestet und ich kann somit eigentlich komplett den Preis in der Entwicklung schließen. Teilweise setzen wir nur kleine Konzepte um, wie zum Beispiel eine Klimaanlage oder komplette Fahrzeuge. Head-up-Simulationen bauen wir oder halt einfach auch High-Shot-Renderings, dass ich nur Produktvisualisierung mache. Das ist unser Hauptaugenwert, was wir tun. Das ist unser Hauptaugenwert, was wir tun.